okay also ich gebe zu ich habe kurz noch geguckt weil so gern ich sachen selber herausfind aber wenn es dann zu lang dauert ich will ja dass es weiter geht wo ist sie jetzt also ich bin mir nicht sicher ich bin überhaupt nicht auf die idee gekommen hier im korridor nach einem lichtschalter zu suchen weil ja hier permanent sie unterwegs ist wo ist er denn jetzt jetzt weg okay oder jetzt bewegt sie sich irgendwie mal ich bin verwirrt mach mal die maus weg du brauchst die maus ne drauf ey da ah ok da ist er ich muss kurz warten weil ich muss in die richtung wo es hier hinläuft und angeblich gibt es da einen lichtschalter auf die idee bin ich gekommen dass da ein lichtschalter sein könnte was doof ist eigentlich weil der ganze rabe ist ja voll mit margaret ich bin froh dass ich heute ja da ist ja sie er rennt dann nie in der geraden linie da ist kein lichtschalter da muss aber einer sein weil das war das bild das ich gesehen habe dorthin poste dorthin HEA 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 keine ahnung wo ich gerade hin darf nicht richtig wie es scheint hallo Hallo. Och. Oh Mann. Hä? Lichtschalter. Das ist doch ätzend. Wo ist da ein kack Lichtschalter? Da ist eine Kamera auf jeden Fall. Ich will die nicht mehr so mit. 18. August, 1900. Ein großer Tag für unsere beider Familien. Ist doch schön, dass man die Margaret nimmer sieht. Ich befürchte, Renn, 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 Renn. Und machen halt immer so komische Schlenkerer. Jetzt können wir beim letzten Strahlt in die Küche rennen. Eine neue Strahlt zu holen. Wo ist die alte? Errungenschaft freigeschaltet. Letzte Patrone. Wenn sie jetzt hier ist, dann... ...kotzig ins Gemüse. Ich kotze nicht. Ich kotze vor. Nimm. Oder draußen, verpiss dich. Damit ich wieder rauskomme. Oh, beweg dich. Hey, nee. Ich bin hier nicht. Ach. Geräusche. Na komm, bewegt sich. Gucken, dass ich nicht den Hund trete. Hast du es sehen? Ich bewegt sie sich jetzt nimmer. Hallo. 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 es ist sehr still ich gehe zum speichern wenn sie jemals um mir vorbeiläuft um ach ist es ich war vorher nicht so langsam die schlechter jetzt mit absicht um mich zu ärgern ich weiß ich wollte speichern lichter das ist echt nervig er kann sich doch mit dem strahlholz in der hand auf den stuhl sitzen und nachdenklich gucken es ist gerade vorbeigelaufen da steht da komm manchmal verändert die kamera manchmal denn sie schreiben post door ach okay jetzt ist die hier weg oh man sorry das also dass ich nachgeguckt habe und das so lang gedauert hat es tut mir echt leid ach das ist jetzt die tür wo die alte immer davor stand ok ok die perspektive ist super ungeil opfer notiz 3 liebe irina wir haben uns entschieden ihr angebot anzunehmen ein bild unserer familie zu erstellen wir wissen nichts über kunst aber ich glaube es ist richtig das zu zeigen was im herzen amerikas heute passiert sie werden feststellen wie klein und dunkel unsere wohnung ist wir vermissen unser haus und die kinder fragen oft wann wir wieder nach hause gehen sie können einfach nicht glauben dass eine bank ihr haus stehlen kann gestern erzählten sie mir was wollen die denn damit die haben doch schon ein eigenes haus und wenn man dann keine antworten mehr auf der auf die logik seines kindes hat ist das wirklich weit gekommen wie dem auch sei sie wissen jetzt dass sie vorbeischauen und sie sind sehr aufgeregt wir warten auf sie sie kennen ja unsere adresse im black lake bis bald marilyn kempel ok waren wir dieser komische serienmörder naja natürlich brauchst du für beide hände du naja ich war noch nicht so weit ich höre es schon wieder rum schleimen was auch immer im bild ist es blickt auch auf dich aha das ist so ein hobby philosoph der alte diese glühbirne hatte hier keinen zweck wo war ihre holterung wo war ihre holterung haben wir schon irgendwo glühbirne halterung ohne glühbirne gesehen ok nein ja ja ich ja warum geht die vor außen nicht auf und vor ihnen schon goal die mutter von männern meine mutter ne das ist nicht richtig das trauen mal gerade aufgemacht es bei ink hat hat ohne dicht konnte ich nichts mehr ja das sind ihnen die ganzen bilder bostner brahman sechste juni 1938 in diesen turbulenten zeiten träumt man von der ruhmreichen vergangenheit unserer stadt und ihren gründervätern die ihre mauern errichtet und gefestigt haben das sind die brahmanen von boston hohe tiere geschäftsleute anwälte und soldaten deren moralitätsverständnis die grenzen der stadt gezogen hat und ihr eine seele gab und was für eine seele ohne sie wäre boston auch nur eine von vielen kleinen städten an der ostküste dank ihnen wurde es in weniger als einem jahrhundert zu dem großen ökonomischen finanziellen und kulturellen zentrum das wir alle kennen und während wir die schon sehen die das kommende jahrhundert gestalten werden die frischen absolventen von harvard dem symbol der stadt für das streben nach qualität wollen wir auch den geist der pioniere nicht vergessen die aus neu england kam und der noch in den gedichten von tears elliott und der stimme von katherine hepburn zu finden ist vor acht jahren hat sich malcolm nichols von seinem posten zurückgezogen er war der letzte der brahmanen der letzte republikaner der das bürgermeisteramt inne hatte doch es ist noch hier das edel blut das straßen schulen kirchen gerichtssäle und krankenhäuser errichtet keine wirtschaftskrise egal wie schlimm sie auch ist wird jemals ihre würde wegspülen weg europäische berge es fühlt sich so weit weg an woher weiß er denn dass die europäisch sind das ist so ein schlaumeier verändert sich das bild irgendwann wieder da ist die alte kommt gerade angescheißert jetzt haben wir glühbirne ich tippe jetzt einfach mal drauf dass die glühbirne da im büro an das kabel muss geht bitte wieder sie sagt nicht ob sie sich entfernt oder nicht jemand hatte den stuhl übel zugerichtet besser ihn als mich die entfernt sich nämlich nicht geh weg du bitte jetzt verpiss dich doch ich will das jetzt nicht alles nochmal machen geh halt außen rum mir doch egal guck mal hier die bilder nur an ich glaube das habe ich auch schon gemacht ja das konnten wir schon konnten wir auch schon ok speichern wir eben hier zwischen wir sprechen also trüben zwischen so lange hält es streiholz hoffentlich nur ich hält es nicht mehr so lange nachdenken ich glaube ich nenne bernd sorry für alle bands da draußen aber es passt irgendwie ich habe nichts gegen berns wenn die glühbirne da ist nicht passt dann glaube ich schmeiße ich alles hin wo muss die scheiß glühbirne denn hinten ah die mondgöttin ok alles klar hoffentlich verschwindet die jetzt ok ok alles klar j nur eine glühbirne die bürotür wurde von einem dieser sehnlosen körper bewacht die die luft mit feiligem staub erfüllten eine einzige chance zur flucht war die lampe ohne glühbirne das schicksal hatte noch eine rechnung offen mit mir konnte man das vorher auch schon angucken wusste man dass das eine lampe ist weil ich wusste es nicht ja da war gerade was eine opfernotiz liebe mama macht ihr bitte keine sorgen roberts gehalt wurde um die hälfte gekürzt aber er müsste seinen job behalten können so ist das nun mal in der krise selbst wenn es bedeutet dass wir mit 20 bis 25 dollar pro woche auskommen müssen ich versuche für essen sachen zu tauschen und ein paar kleine dinge zu tun koche mehrere mahlzeiten gleichzeitig um gas zu sparen ich sammle gebrauchte kleidung und bring sie wieder in form und brot kaufe ich natürlich nur das vom vortag wenigstens schlingen die jungs das brot nicht so schnell herunter wenn es schon etwas härter ist aber wir haben glück keiner von ihnen ist krank geworden der winter steht vor der tür letzte woche war ich mit paul im kino wir haben uns der blaue engel mit marlene dietrich angesehen was für eine frau hier sind fünf dollar für dich mehr kann ich im moment einfach nicht entbehren aber wir werden bald bei dir sein pass auf dich auf beth rogers das war wahrscheinlich die notiz ne eine tür ach die führt wahrscheinlich dann in den flur dahinter und dann können wir die treppe hoch können wir jetzt nicht ob ich die treppe hoch möchte tja tja geh ich jetzt nochmal in die küche oder krieg ich vielleicht im nächsten raum einmal wieder streichhölzer ich geh das risiko ein ok ok margaret vespa 2. januar äh 1880 bis 26 august 1919 ich war ja auch nur 39 halt naja cool jetzt kann ich es mir nicht mal angucken das ist also doof warum kann ich mir die bilder nicht mal angucken ok alles klar man das ist doch doof ich muss jetzt nochmal in die küche ach ok küche küche ist da kurze vollbremsung kurzes durchdrehen kurzes warten bis sie wieder vorbeiläuft kurz kurz loslaufen öhh abbiegen ok alles gut alles gut alles gut oh kein problem was ich wenn ich hier keine streise zu machen ist du kannst du kannst mich mal ach du kannst mich mal weg 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 an weg 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 jetzt darf streich jetzt ausgehen bitte egal ich würde das spiel mal spannend nennen das eigentlich einfach nur nervig aber ich mag so spiele wo man verfolgt wird oder so eigentlich ja gar nicht das wusste ich natürlich nicht als ich das spiel angefangen habe so schaffen was jetzt ans andere ende vom raum ohne dass man durchdrehen ja sehr schön okay die sei so an der treppe ich hoffe sie ist an nur an der treppe und jetzt im ganzen raum das wäre schön er sagt verströmt einen üblen geruch nach tot und verwesung okay sie ist im ganzen raum oh man weg frage es wo läuft sie denn hin ich habe gar gespeichert kriegt sie mich wenn ich darüber laufen ohne licht konnte ich nichts tun überraschung okay sie kommt ich glaube die läuft oder so hin und her frische erde feuchtes holz die särge waren erst vor kurzem ausgegraben wurden ist aber wieder weg oder bleibst du dort stehen warum läufst du so komisch er wirkte in dieses buch versunken ja ja ich dachte guckst du sagst sie kommt nicht da war sie doch kreuz ist jetzt die treppe hoch hier geht es ihm ja gut ne ja wir warten jetzt einfach mal kurz nein hier geht es ihm nicht gut du bist ja im licht stell dich halt nicht so an hallo du bist im licht es ist immer so eine streichholz verschwendung alles ja natürlich wartet sie da oben ja macht doch bitte einfach streichholz also gute idee und es nervt dass er immer streichholz macht wenn man neu startet ja hallo stehe auch direkt hier rum weg merke wir wollen nicht die treppe hoch da wollen wir aber alle themen nix aber ich schätze mal sie erwischt mich gleich hä? nö cool bewegt dich mal warte ja das kann jetzt hat sie mich gesehen macht aber nix okay ich kann den schrank da verschieben vorher brauche ich aber licht weil ohne licht kann er wieder nix aber ich glaube ich habe da gerade ein lichtschalter gesehen man so okay wir wissen jetzt wo wir hin müssen da ist sie jetzt weg meinen lichtschalter gesehen hab kein lichtschalter gesehen ich hab kein lichtschalter gesehen hä? Scheiß. Warum macht er das? Ich drücke nix. Der macht's an und dann macht er es wieder aus. Ich drücke nichts. Wer weiß echt denn, was er tun soll? Am besten Tagebuch lesen. William Vespas Tagebuch, Auszug 8, 21. November 1919. Gestern wurde Mutter beerdigt. Während alle anderen weinten, habe ich sie verflucht, als ihr Sarg langsam in die Erde gelassen wurde. Es war eine tolle Idee, William. Es war eine düstere Feier für mich. Sie ist wieder dort, wo sie hingehört. Unter Erde ist das egal. Sie hat keine Angst vor ihr. Sie hat keine Ohren, um sie schreien zu hören, oder eine Haut, um unter ihren Schlägen zu leiden. Doch nachts in meinem Zimmer, als ich die Kerze ausgepustet hatte, spürte ich einen Hauch direkt neben meinem Ohr. Dann hörte ich ihre Stimme. Ich werde dich retten. Ich habe geschrien. Sarah kam und schaute, was passiert ist. Ich bat sie ganz nah bei mir zu schlafen. Ich habe die ganze Nacht von Mutter geträumt. Sie lief leise durch das Haus mit ihren blinden Augen. Sie wartete hinter meiner Zimmertür wie ein Wolf. Dr. Rosenthal sagt, das kann allen Trauernden passieren, dass sie halluzinieren. Mich passiert es aus Angst. Ich bilde mir nichts ein. Margaret ist immer noch hier.